Hallo, ihr fabelhaften Skorpion-Geborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Singles sollten es im September mal mit Internet-Dating probieren. Aus einer Online-Bekanntschaft kann mehr werden. Fest liierte sollten sich mehr Zeit für die Liebe nehmen. Sie werden mit innigen und erotischen Momenten belohnt. Falls ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, was ihr gerne in einer Beratung klären möchtet, schaue ich gerne in euer persönliches Geburtshoroskop. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen, wie ich das hier trage und das wäre dann mit dem alchemistischen Originalsymbol für den Skorpion. Ihr könnt euch aber auch ein anderes Zeichen aussuchen, wenn ihr es verschenken wollt. Am Ende des Videos erfahrt ihr mehr darüber, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den September. Über eure langfristigen Tendenzen mit den langsam laufenden Planeten könnt ihr euch jederzeit im Jahreshoroskop informieren. Entweder ihr schaut das Video oder ihr lest es im Jahrbuch nach. Und das Jahrbuch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis. Den Link dazu setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Der Monat startet mit der Sonne in der Jungfrau in eurem Freundschaftshaus. Das ist gut, um Kontakte zu pflegen, auch fürs Business. Ihr könnt die erste Septemberwoche nutzen, um geschickt ein paar Strippen zu ziehen. Böse Menschen würden sagen, um Leute in eurem Sinne zu manipulieren. Aber wenn es niemandem schadet und euch selbst nützt, warum nicht? Besonders die erste Dekade des Skorpionzeichens hat auch sehr gute Sterne, um zu flirten und zu daten. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr im Internet fündig werden und es besteht die Chance, dass daraus etwas längerfristiges wird. Und diese Tendenz hält den ganzen Monat über an. Für alle Skorpione gilt weiterhin, dass sie gute Romantiksterne haben, sowohl langfristig als auch ganz besonders in diesem Monat. Der Neumond am 9. September betont nämlich diese Romantikkonstellation. Er findet statt im Zeichen Jungfrau und in Verbindung mit Romantikplanet Neptun, der sehr günstig für euch steht. Ihr könnt diese inspirierende Energie nutzen, wenn ihr euch in eurem Leben mehr Liebe und Romantik wünscht. Eure Fantasie ist besonders angeregt, sodass ihr euch ganz bildlich vorstellen könnt, wie das aussehen kann. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr euch einen romantischen Traumprinzen oder Prinzessin wünschen. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid und die Romantik ist vielleicht ein bisschen eingeschlafen, könnt ihr euch neue Impulse und Ideen wünschen, damit wieder mehr Erotik und Verführung in den Beziehungsalltag kommen. Erstmal geht es darum, solche Träume und Wünsche überhaupt zuzulassen. Mit diesem Neumondritual werdet ihr in den kommenden vier Wochen eure Fantasie beflügeln und euer Unterbewusstsein programmieren und es kann sogar bis zu zwölf Monate in eurem Leben wirken. Verstärkung bekommt ihr von Liebesgöttin Venus. Die geht nämlich am Tag des Neumondes in euer Zeichen in den Skorpion. Das ist eine ganz große Sache für euch. Sie wird dort nämlich im Oktober rückläufig und bleibt dadurch extra lang in eurem Zeichen, nämlich bis Mitte November und dann nochmal den ganzen Dezember über. Es beginnen jetzt also wichtige und liebevolle Monate für euch, in denen ihr euren Liebeszielen näher kommen könnt. Das wird allerdings nicht immer ein Spaziergang, denn die Venus wird unterwegs auch zickige und schwierige Aspekte bilden und sie wird ja auch rückläufig. Aber ihre charmante Ausstrahlung wird euch trotzdem die ganze Zeit begleiten und auch die Wirkung von Jupiter, der ja bei euch im Zeichen steht, noch verstärken. Zwischen dem 9. und dem 18. September gibt es aber erstmal ein paar harte Aspekte von der Venus hier zu Mars und Lilith und zu Uranus und das bedeutet, dass neu angebahnte Liebesgeschichten erstmal ganz schön heiß und sprunghaft verlaufen. Mars und Lilith hier zeigen an, dass es Schwierigkeiten geben könnte, weil eure Wohnsituation einen ungestörten Flirt nicht zulässt oder weil Familienmitglieder nicht einverstanden sind oder weil sich euer Flirtpartner oder Partner nicht mit den Umständen wohl fühlt. Ihr braucht in den nächsten Monaten eindeutig mehr Freiraum, um zu tun und zu lassen, was ihr wollt, ohne dass sich dauernd irgendjemand aus der Familie oder der Wohngemeinschaft einmischt. Kriegt ihr das hin? Natürlich muss man manchmal Rücksicht nehmen, gerade wenn man Kinder hat. Da müsst ihr dann versuchen, Kompromisse zu finden, was mit Mars und Lilith nicht immer einfach ist. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video-Special Kreativ, wild und frei Lilith im Wassermann. Auf jeden Fall solltet ihr euch deswegen nicht streiten und die Venus hilft euch, liebevoll aber bestimmt, den Freiraum einzufordern, der euch zusteht. Diese Spannungen lassen ab dem 19. wieder nach, dann wird sich so manches Problem wie von selbst lösen. Am 23. September, morgens um 3.54 Uhr, geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Waage und dann ist der offizielle Herbstanfang. Sie aktiviert dann in den kommenden vier Wochen euer zwölftes Sonnenhaus des Rückzugs und der Spiritualität und wird dabei zunächst auch von Merkur begleitet. Das ist super für alle Skorpione, die spirituell oder als Heiler arbeiten. Generell ist es eine gute Zeit, um durch Meditationsübungen und gelegentlichen Rückzug in die Stille zu sich selbst zu finden und die innere Stimme besser wahrzunehmen. Auch der Vollmond am 25. September betont diese Themen nochmal, kann aber auch ein Gefühl von Frustration mit sich bringen, wenn ihr euch von euren Lieben nicht verstanden fühlt. Gleich danach kommen aber bis zum Monatsende noch einige harmonische Tage. Besonders am 27. und 28. habt ihr sehr schöne Sterne, falls ihr Single seid, um zu flirten und nette Leute zu treffen. Und für die Festliierten kehrt an dem Wochenende vom 29. und 30. September zu Hause wieder mehr Harmonie ein. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Kollier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.